Dieses Video beschäftigt sich mit der Werkstoffauswahl. Um aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Werkstoffe eine für den konkreten Anwendungsfall geeignete Auswahl zu treffen, empfiehlt es sich, die folgenden vier Schritte zu erarbeiten. Zunächst muss die Funktion des Bauteils geklärt werden. Hieraus ergeben sich bestimmte Randbedingungen. Einige müssen zwingend erfüllt werden. Andere sollten nach Möglichkeit mit in die Betrachtung einfließen und weitere sind wünschenswert. Im nächsten Schritt wird festgelegt, welche Kenngrößen maximiert bzw. minimiert werden müssen. Hier werden die Wünsche des Herstellers und Anwenders realisiert. Zu guter Letzt hat der Konstrukteur die Freiheit, einige Parameter selbst zu wählen. Zur besseren Veranschaulichung werden diese Schritte nun an zwei Beispielen angewendet. Erstens der Funwender. Die Funktion eines Funwenders ist leicht zu formulieren. Er soll den Fun-Inhalt bewegen. Hieraus ergeben sich bestimmte Randbedingungen. Funwender werden üblicherweise bei Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius eingesetzt. Sie müssen eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um sich nicht dauerhaft durchzubiegen und lebensmittelecht, also nicht toxisch sein. Damit sich ein Funwender nicht zu sehr verformt und unterschieben lässt, muss er über eine geeignete Steifigkeit verfügen. Obwohl er häufig mit Flüssigkeiten und Salzen in Berührung kommt, darf er nicht korrodieren. Da der Funwender ein Massenprodukt ist, besteht ein Ziel darin, die Herstellungskosten und somit den Preis möglichst niedrig zu halten. Zusätzlich sollte für eine angenehme Handhabung die Masse gering sein. Unabhängig von Funktionen und Kosten ist eine leichte Reinigung wünschenswert. Werkstoffe, die diese Kriterien prinzipiell erfüllen, sind der Kunststoff Polyamid, rostfreier Stahl und Holz. Fannwender aus Metall haben eine hohe Festigkeit, lassen sich gut reinigen, sind jedoch teurer und zum Einsatz in beschichteten Pfannen ungeeignet. Hölzer zerkratzen die Beschichtungen nicht. Dafür sollte aber beispielsweise Olivenholz nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Polyamid ist gut für die Massenproduktion geeignet, preiswert und erfüllt auch die anderen Anforderungen. Dieser Werkstoff wäre daher am besten geeignet. Zweitens, das PKW-Getriebegehäuse Die Funktion eines Getriebegehäuses besteht in der Lagerung der Wellen und dem Schutz aller innenliegenden Elemente vor äußeren Einflüssen. Gleichzeitig muss es ein Austreten des Schmierstoffs verhindern und die Folgen eines Schadenfalles eingrenzen. Die wichtigsten Randbedingungen sind daher eine hohe Festigkeit, einhergehend mit einer langen Lebensdauer, Korrosionsbeständigkeit sowie eine geringe Wärmeausdehnung. Auch PKW-Getriebe werden in großen Stückzahlen produziert. Die Herstellkosten zu minimieren ist daher ein wichtiges Ziel. Darüber hinaus sollte die Masse gering sein, was sich letztlich auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirkt. Aspekte wie der Bauraum, eine gute Geräuschdämmung und die Komplexität der Geometrie können zusätzliche Kriterien für den Konstrukteur sein. Nur wenige Werkstoffe erfüllen diese hohen Anforderungen. Im Wesentlichen sind es Aluminium, Stahl und Gusseisen. Die komplexen Geometrien lassen sich nicht mit Schweißkonstruktionen, sondern wirtschaftlich nur durch Gießverfahren realisieren, weshalb Stahl nicht weiter berücksichtigt wird. Aluminium zeichnet sich durch eine geringe Dichte aus, jedoch werden aufgrund der niedrigen Festigkeit deutlich höhere Wandstärken benötigt, wodurch der Bauraum wächst. Für die meisten Anwendungen ist Gusseisen daher die beste Wahl. Zusammenfassung Bei der Werkstoffauswahl sind immer die vier Schritte, Funktion, Randbedingungen, Ziele und freie Variablen sorgfältig zu erarbeiten. Wichtigste Kriterien sind in der Regel die mechanischen und thermischen Eigenschaften. Um einen passenden Werkstoff zu finden, müssen viele Aspekte mit individuell gesetzten Schwerpunkten in Betracht gezogen werden, beispielsweise die Kosten oder die Umweltverträglichkeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF,